so mein lieber mit der netz zu willkommen zurück hier bei survival ja vor teil of use und wir haben hier gerade die nacht sehe ich gerade und wollte eigentlich was unternehmen lasst uns mal eben hier ein paar sachen weglegen schnell ja ich weiß wir haben letztes mal drei hühner klein gemacht da passt noch ein bisschen was rein nicht mehr allzu viel aber ein bisschen bisschen kann wir noch da rein tun so zum beispiel das blatt zwei stöcke blöden stein hier ist die essenskiste wir tun jetzt aber mal ja und machen uns mal eben schon neun schneide dingen zieht damit wir nicht nachher ohne das stehen okay wir brauchen nur mal eben ein paar steinchen ich hatte doch genügend steine gefunden ihr habt euch an guckt euch an habe ich schon ja keine steine in der tasche doch nach hier haben wir noch ein messer hier guck mal dann nehmen wir doch einfach damit so lasst uns los lasst uns mal im schlafen würde ich sagen so so sehr schön und wasser haben wir dabei ja das aber leer aber das ändern wir mal eben so zack wo ist unser wasser dingen ich hatte doch noch eins separat aufbewahrt das habe ich bestimmt impflos so ich mich kenne wir haben eine menge zu bauen aber ich möchte gerne mit euch mal eben auf eine kleine erkundung zu gehen hier ist das ding drin gar nicht war so ja 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 dann wird gebaut für alle dies noch nicht kennt kommen wir gehen mal gucken so können wir hier schön hoch gehen und dann hier auf unser in unsere wohnung wenn hier dann mal alles fertig ist ach hier haben wir das wasser hier haben wir das wasser seht ihr seht ihr so genau so lasst uns los wow was sollte das denn mein freund so lasst uns segeln bei dem schönen wetter muss man das ausnutzen können auch mal hier rein springen bei dem warmen wetter geht hat mal gucken ob wir irgendwas sehen was wir sonst nicht sehen aber sieht nicht so aus keine angst sollte ein hei kommen ja sollte ein hei kommen dann kommt eine musik die uns davor warnt also ne das ist so ähnlich wie bei dem weißen hai wenn der heiße weißer hei kommt dann wird es spannend ne so ähnlich ist es ja auch kommt eine spannende musik ah wie schön wie toll das doch ist das muss ich mal ein bisschen aufpassen bis hier waren wir nur gekommen und jetzt werden wir einfach mal weiter hinaus segeln an dem ganzen hier vorbei da vorne ist die insel mit den fischlein oder was heißt insel ja so da oben waren wir auch schon das muss ich gerade mal gucken ob wir hier schon eingezeichnet haben ja ja haben wir ja und dann wird es interessant hier ne ich hoffe ich habe überhaupt waffen dabei jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet da ist ein vogelnest aber der vogel ist selber noch nicht da wir werden weiter segeln habe ich auch etwas zu essen dabei was zu trinken haben wir in jedem fall wir sollten mal eben hier an die insel ist das schön einfach mal so an die insel gehen zu können ach hier waren wir auch schon ne ja dann gibt es hier noch nichts keine datteln momentan ne doch hier sind datteln da hängen sie super haben wir wenigstens ein paar datteln ja eine ne dafür mache ich mir die hände jetzt nicht dreckig hier ja dann müssen wir weiter ziehen erst mal wir fahren einfach mal ein bisschen ja so hm hm schön wie klar das wasser ist ja da hinten ist ja das schiffsrack wir schauen mal auf die karte ist considerations ja Da hinten waren wir noch nicht, glaube ich. Ups. Ach ja, hier ist ja noch ein Angelplatz. Bin hier hängen geblieben. Wir müssen einmal drum rum fahren. So, noch geht's, ja. Und als erstes müssen wir sowieso erst mal nur trinken. Ich gehe mal eben hier ran, um mir das anzugucken mit dem Baum. So. Ich nehme mal ein paar Kohlen mit, zum Kartieren. Ah, ist das schön. Ist das schön. Hallo, Krebsi. Ich hatte echt gemeint, die hätten sie langsamer gemacht. Aber ist ja gar nicht wahr. So, wir gehen mal hier auf den großen Baum, würde ich sagen. Der ist auch extra dafür gemacht worden. So. Erforderlich Gegenstand, Seil. Ja, habe ich doch. Ich habe eine Liane, nur. Seil. Palmblätter. Gut. Ganz schnell gemacht. Ein Palmenblatt. Das wäre doch gelacht. Ein paar Minuten nur. Vier. Lass mich in Ruhe, du. So. Crafting, Seil. Und loslegen. 22 Minuten hat das jetzt gedauert, bis ich ein Seil mache. Jetzt bin ich schon... Ah, ich fehl, ne? So. Hallo. Lasset uns hier hochgehen. Yeah. Wo ist das? Das Miststück. Guck mal, da unten ist unser Floß. Ja, Mann. Da waren wir noch gar nicht, oder? Da gucken wir gleich mal schnell, ne? Leute, im Programm wird sich übrigens was ändern. Aber das brauche ich jetzt nicht zu erzählen. Das hätte ich ganz am Anfang machen müssen. So. Ist ja zum Teufel noch eins. Toller Ort für Kartierung. Ja. Richtig. Machen wir auch. Kartieren. So. Bitteschön. Zwei Stunden hat das gebraucht. Zwei Stunden. Was ist das denn? Platonia. Platonia. Ja, toll. Ach, Mann. Ich habe mich vertan. Feio. Keine Ahnung, was? Kennen wir noch nicht. Aber es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt wieder runter gehen. Oh. 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 Das schöne Wetter ist vorbei. So. Nehmen wir ein paar Eier mit. Jetzt haben wir mitten in der Nacht. Sag mal her. Ja, ja. Da würde ich sagen, schlafen wir doch hier in der Runde. Können wir auch hier oben machen. Ja, ja. Wird schon irgendwie gut gehen. Ui. Na komm. Machen wir das einfach mal. Und schon haben wir wieder schönes Wetter. Ja, ja. Ich habe an alles gedacht. Hier. Ey. Nein. Mein Trinken. Mein Trinken ist weg. Ich habe es aus Versehen gedroppt. Nein. Bitte nicht. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mein gutes Trinken gedroppt und es ist komplett weg. Ja. Ja. Nein, da ist es. Da ist es. Ich habe es. Leute, das war mal knapp, oder? Wir trinken uns satt. So. Sollte reichen. Essen können wir auch. Ja, das sieht noch hier oder aus. Genau. So. Lassen wir uns los. Ich würde sagen, wir gehen da zu Fußmann hoch. Oder sollen wir ein bisschen weiter darüber fahren? Hey, da gehen wir jetzt hoch. Ich rüste mal mein Speer aus. Habe ich kein Speer mitgenommen? Doch da. So, dann lassen wir uns. Ich muss auch eine kleine Wanderung gehen. Wo ist es denn? Die sind schwer zu sehen, ne? Was? Ich höre es ganz nah, aber es ist nicht nah. Ach der Alter. Verdammt. Ja, 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 ja. So. Nicht heraus, halt mal das Werkzeug. Was, 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 was? Geht ja gar nicht, was du mir hier erzählen willst. Komm. Was denn nun los? Alter. Mischstück. Da ist er. Aber da hast du nicht mit mir gerechten Freundchen. Nein, nicht alles. Nur die Federn hätte ich gerne. Das kann wegrollen. Unfestschämend. Na, ich glaube, dafür reicht mein Werkzeug nicht mehr. Kann ich jetzt reparieren? Nein. Denn, das ist auch nicht, dass wir verwolten. Ich wollte sie auch. Oh, was ist das denn? Ach, das war der Geier. Der hat mich aber schon... Ist das ein Schmetterling? Habt ihr das gesehen? Es ist ein Schmetterling. Ein paar Steinchen bräuchte ich. Ich habe ein paar Steine gesehen gehabt. Gut. Wir sind jetzt da, wo wir noch nie waren. Interessant. Das ist wieder ein Nest und wieder ein Vogel. Und da geht irgendwie... Irgendwie kann man da rein. Oh, 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 oh. Ja, wir gehen mal hier runter. Gehen wir mal hier hoch. Ich habe gedacht, wir würden jetzt irgendwo reinkommen, weil... Oh, das sieht aber schön aus da hinten. Gehen wir mal hier so den Weg hoch. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Was Neues, Salbei. Ja, sehr nice, ja. Dauert nochmal 32 Minuten. Aber wir haben es. Bitte? Ja. Oh! 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 Oh, ich bin überlastet. Wer hätte das gedacht? Oh, mit wirklich viel, ja. Werden wir mal der Zunder los. Den essen wir. Ja, solange ich hier stehe, ja, kann ich nicht nass werden. Das kriegen wir dann auch angezeigt. Lass uns mal eben gucken. Natürliche Erholung. Alles klar. Wir sind lebhaft und ein bisschen überlastet und haben ein bisschen Magenschmerzen. Na gut, das geht noch. Und werden jetzt nochmal ein Weitschen uns ausruhen. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Vielleicht hört man auch der Regen auf. Muss man mal ein bisschen rantasten, ja. Geht's schon zum Abend hin. Ein bisschen nebelig, aber das macht nichts. Hauptsache, wir kommen durch Trockene. Aber irgendwie so, wo ich hin wollte, da sind wir nicht jetzt, ne? Ich hab doch hier irgendwo was gesehen. Da oben drauf ist das. Dann müssen wir irgendwo hier hochkommen. Dann gucken wir uns erstmal hier das an, was wir hier gebaut hatten. Ein Haufen Schrott. Ein Haufen Schrott. Das ist kein Schrott, das ist Tierkadaver und sowas, ja. So, was haben wir denn hier? Wandschnitzerei. Wenn ich das jetzt noch nehme, dann habe ich ein Problem, befürchte ich mal, ja. Hinzugefügt. Wandschnitzerei. Stück 4. Wo hab ich das denn? Das war eigentlich mal mutig, ne? Und hab mir gedacht... War ich mal mutig. Ich hab so ein bisschen den Faden verloren. Weil ich es nicht durch und durch spiele, sondern immer nur dann, wenn ich eine Aufnahme... ...mache. Das, was sich aber jetzt demnächst ändern wird. Denn ich habe vor... ...Spiele aufzuzeichnen. Im Vorfeld und... ...wird es, glaube ich, was besser sein. So, lass uns hier hoch. Ich bin gespannt. Hier waren wir auch noch nicht. Hier waren wir noch nicht, Leute. Und hier ist die Schlange. Die Schlange. Hier. Da. Aber ich habe sie schon gesehen. Sie dachte, sie hat sich getarnt. Aber sie war nicht genug getarnt. So. Ich kann jetzt nicht mehr viel aufnehmen. Aber hier blitzt... ...und hier ist, glaube ich, auch noch eine Tafel. Guck mal. Wand, Schnitzerei, Stück 4. Ne, drück 3. Gerade war 4. Jetzt sind es 3. Also es vermindert sich. So gehen wir mal gucken hier, ne? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Oh ja, hier gibt es viel zu sehen. Guck mal. Da drin irgendwo. Alter, hier war war ich noch nicht. Das ist ja fantastisch. Dass ich noch nicht da war, wo ich jetzt bin. Aber hier komme ich so nicht rein. Da muss ich einmal rum. Wer hat dir das gedacht, dass ich einmal rumgehen muss? Ja, die Schlange nehme ich jetzt nicht aus. Ja, und... Was? Wo? Nein, 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 nein. Meine Freunde. Scheiße ist. Wisst ihr, was es ist? Wisst ihr, was es sein könnte? Warum die Musik so kam? Schritt, suche den Bogen am Fuß des Berges. Das haben wir gehabt. Und verdammt noch eins. Die Regie sagt mir. Es ist wieder Zeit, aufzulegen. Aufzulegen! Es ist Zeit dafür, schon wieder die Folge zu beenden. Oh, wir haben hier noch eine Liane gefunden. Wo ist das Miststück? Egal, ich gehe mal hier drauf. Erforderliche Gegenstand, Wand schnitzerei. Ich habe da was reingezahlt. Ich habe da, ja, fehlende Sachen habe ich jetzt da reingelegt. Glaube ich. Was hat sich... Das sah so aus. So, da hier, jetzt habe ich noch eine gehabt und hier ist noch eine. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Knochen. Stück Jatoba-Rindel. Nehmen wir auch mit. Knochen nehmen wir mit. Und wieder mal ein bisschen. So. Erforderliche Gegenwand schnitzerei. Blablabla. Erforderliche Gegenstand, Wand schnitzerei. Eins, fünf, vier. Was? Eins, fünf. Ach so. Das macht es das jedes Mal? Ne. Ja. Ich sehe es doch. Zwei fehlen noch. Okay. Eins und fünf. Zwei, drei, vier. Ah, alles klar. Ach so. Hier wird dann angezeigt. Verstehe. So. Hier scheint es irgendwo... Wartet mal. Wo ist denn diese Scheißschlange? Obsidienscheibe. Aber jetzt kann ich nicht laufen. Naja gut. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter. Jetzt kommen die Scheißschlange. Dann kommen Sie hin. Untertitelung des ZDF, 2020